Musik Wenn man das zum 15. Mal macht, hat man natürlich auch eine gewisse Erfahrung mit einem solchen Kalender. Auf der anderen Seite ist es so, dass das für uns nie eine Akkumulation von Bildern darstellt, sondern wir wollen ein bisschen eine Geschichte erzählen. Das diesjährige Lamberts Motto, life is a dance, könnte eigentlich relativ passend zum Leben. Wie oft ich einfach morgens schreibe, aber mittlerweile Instagram-Posts gehören da zum Leben dazu, habe ich gesagt einfach, don't forget to dance. Musik Musik Musik